ich glaube ich bin im kreis gerannt ich bin im kreis gerannt oder ich weiß nicht ja irgendwie ich habe zum ausgangspunkt zurück toll ich bin ich im kreis gerannt ich bin ich im kreis gerannt echt das ist das habe ich das wieder geschafft warte mal ich überlege gerade weißt du was wir machen jetzt mal fliegen oder das wird ja nie was hier sind sicher tausend tage lang die worten das nur 1 so jetzt wird er nie was ist wie ein dschungel also wir werden das jetzt so machen also hier warmer da werde ich es mal ein bisschen hochschrauben so fahren wir jetzt einfach mal in die richtung ja jetzt haben wir die karte dazu nehmen kann ich mich mehr überblicken schlau schlauer so sieht sich noch tausend folgen mit zu und in einen perfekten ort oder machen wir gehen noch mal karte scannen vielleicht irgendwo jetzt übelst großer berg alter hier sieht schon eher aus jetzt doch berg ich halt abbrechen lassen wir das scanning übelst schön die welt durch die ganze richtig geile base beinahe in so ein bauen mit dach und alles drüber aber aber im grunde wenn wir das gar nicht schlecht als base kannst hier vorne noch so ein tor machen in den berg alter hat stil oder hier ist schon nice übelst viele tiere wir werden einfach mal auswählen scannen bisschen oh ja kommt noch nichts aha das ist ein geiler ort aber das ist auch ein berg ja ja genau hier will ich auch hier bleibe ich hier bleiben auf jeden fall ja genau hier baue ich meine base so immer ist genau hier bauen wir unsere base nein so genau hier bauen wir unsere base perfekt dort gefunden ja jetzt lasst uns bauen holz brauchen wir eine menge wir bauen erstmal eine hütte aus tutti futti holz ich habe schon längst holz gefunden du kunde alter und dann geht das hier richtig los richtig los also da bauen wir eine holz bauen wir eine holzhütte oder bauen wir noch einen holzboden erstmal ich mache es immer so ich baue mir immer eine holzhütte also da wo du pennen kannst damit keiner aufs schwein geht ja und dann baue ich mir neben meinem haus das große haus das wächst dann immer mit meine holzhütte bleibt so da wird irgendwie ein kasten einfach nur wo bett reinpasst weil ich soll ja dann haben wir denn wolle dabei ich habe wolle doch ja genau wolle gut dass wir wolle vor uns gefarmt haben da kann man mir sogar ein paar bettchen bauen ein paar bettchen kannst du nicht mit grunzen ach mach grunze oh ich werde mal kurz was trinken einen moment wartet ich lass den halt den warte mal und am nächsten baum drin gehst dann was hu wartet sooo nicht zu weit entfernen von meinem platz nein so jetzt ja das lasst mich dann mal bauen yeah jetzt muss ich nochmal hooo nochmal uuh ich muss noch was trinken Leute wartet mal kurz tut mir furchtbar leid aber ich hab dorst ich brenne die Sau wenn du so viel aufnimmst Prost erstmal Prösterchen uah 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 wieso nicht wie komme ich in da ist darauf Ledergattel neuem angeboten jetzt für 490 so lange wieder vorhanden du 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 Lidl Lidl lohnt sich mhm he 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 Scheiße Fliele ich geh lieber zu mhm ach was weiß ich irgend so einen großen Lebensblutgeschäft so geil ist er Dengelmann habt ihr ja gehört schon übernommen und pipapo kenn der bestimmt ich weiß gar nicht ob eigentlich überarbeiten ob eure Eltern oder ihr selbst vielleicht sogar Arbeit bei Geiser Dengelmann Prost also jetzt ist die Frage ich würde hier gerne so ein Megahaus also hier so würde ich ja gerne mit Strand bauen und ähm Sonnenblumen keine Ahnung gibt es so viele neue Rohstoffe so viel Sonnenblumen Sonnenblumen ich habe keine Ahnung was die Sonnenblumen bringt gelber Farbstoff jetzt weiß ich gelber Farbstoff sicher werde ich hier nicht töten weil ich ich das nicht nicht warum hier eine Abreise weiß ich auch nicht oh die Sonne geht unter ich würde uns langsam ein Haus bauen bauen wir auch also genau hier werde ich mein Haus bauen hier hier so bauen wir mal ein Bein Haus bauen wir mal die Bude hin hier in der Ecke irgendwo so wo sie nicht stört so 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 ich baue mal die Bude jetzt hin das kann ich auch aus Lehm bauen ich komm ich bau die nicht aus Holz warte mal reiß ich dann die Terraform muss ich irgendwie auf jeden Fall betreiben weil es nämlich als Grundfläche die hier oben ja so so müssen wir uns mal bitte sammeln es ist egal ob das jetzt hier hmm so wir bauen diesmal alles in einem Haus also alles was wir brauchen dann kann man sich ja in die Richtung weiter bauen also in die Richtung dann kann man noch da oh oh ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt gesammelt habe ich mach die Reine noch weg hier scheiße ich bin schon der Gesellschaft ach Mensch Leute kann ich nicht glauben macht euch doch mal was im Acker hier ich bin ja am Arbeiten guckst doch genau hin ey Emma zockt die mir nicht alle an hier die sollen ich darf nicht in die Augen gucken komm mal her hier ja 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 wenn er noch davon vier hier so stehe kann ich ein Leuchtturm da irgendwie so Leuchtturm irgendwann nach so baue ich mein Haus hin hier in die Ecke oder plan da wo bauen wir es ein bisschen näher oh Leute sucht euch doch mal Hobbys Leute es geht mir schon auf den Sack hier ich baue es hier müsste reisen 60 Felder 60 Blocke j baptisch schau auf die auf die die wir sehen über Vielen Dank.